Oha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Lasst mich in Ruhe. Bam. Die Faust Gottes, sei ich da nur. Oh was? Ich habe doch gerade gesagt, ein Tank. So einer ist also auch zum Zombie geworden. Wie toll. Warum muss ich auch... Oh, schon erledigt? Naja. Also als Zombie ist der einfacher zu erledigen. Danke, Viola. Du bist echt eine Hilfe eigentlich. Na gut, ist nicht schwer bei den Dingern, aber egal. Und? Geht's ins Wasser? Ich habe doch überhaupt keine Maske auf. Ich habe doch überhaupt keine Maske. Was redet ihr denn? Bin ich nicht auch immun? Na gut, laufen wir einfach. Ich will nicht zum Zombie werden. Oh mein Gott. Voll die Gruselscheiße. Ah, Viola macht das schon. Die gehen eh alle nur auf mich. Los. Wir sind zum gleichen Zombie. Zombies. Aufmachen und weg. Ah. Na klasse. Der brennt. Der Tank. Der Tank. Oh, das war... Das war... Ungewöhnlich. Oh, können wir uns aufhören? Schau mal rein! Oder wir gehen schnell rein! Ah! Ist doch nicht so schwer. Oh, oh. Hilfe. Gleich bin ich erledigt. Hilf mir bitte. Ja, ja. Halt die Fresse. Du wirst ja nicht zum Zombie. Und? Okay, kein Problem. Alles wieder gut. Oh, was ist denn? Ne, der war für hälfte immer. Und sie ist fast leer, also. Ja, ja, ja. Pussis. Ah, klasse. Halt die Fresse hier, Zombie. Ah, klasse. Hauptsache, sie kommen da nicht durch. Oh, andersherum. Verdammt. Ah, warum brenne ich? Ach, komm, lass mich in Ruhe. Und warum brenne ich schon wieder? Lass mich in Ruhe. Alter! Will die mich mobben? Ah, deswegen. Wenn die mich berühren, dann brenne ich auch. Verdammt. Lass mich in Ruhe. Brenn selber. Wie ernsthaft nervig. Oh, ich hab schon gedacht, die ist auch ein Zombie. Ab ins Wasser damit. Nein, nein. Au, au, au. Au, 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 au. Ah, ei, ei, ei. Okay. Okay, okay. Gut. Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Ich bin ja gerade ein bisschen beschäftigt, was wollt ihr denn alle? Ich glaube, dass wir dieses Virus nutzen können, um unsere Fehlern zu kämpfen. Alles, was wir brauchen, ist ein Sample, bevor du es zuerst. Oh, du wütend. Das wird das Problem besser machen. Ich sage, die Saints könnten Zombies mit uns zu kämpfen, um unsere Fehlern zu kämpfen, um unsere Fehlern zu kämpfen. Das ist nicht eine gute Idee. Lass mich raten, wir dürfen jetzt wieder entscheiden. Oha. Das ist doch das. Achso, ja. Lol. Jetzt bin ich mal gespannt, was... was für Belohnungen es jeweils gibt. Nein, böses Zombies. Das ist doch das. Achso, ja. Lol. Jetzt bin ich mal gespannt, was... Nein, böses Zombies. Oh Mann, die muss ich hier in den Griff kriegen. Oh, oh. Ah, toll. Jetzt brenne ich wieder. Egal. Einsteigen. Ja, mach's dir gemütlich. Brauch's... Brauch's mir nicht lang. Bist du drin? Ja. Ja, wir entkommen mal damit. Passt schon. Was gibt's als Belohnung? Jeweils. Hey, da hängt noch einer. Ja. Kind, komm mal mal damit. Hä? Toll. Gut geparkt. Jetzt gerne die Tom bis uns. Ah. Yeah. Kommander, was zur Hölle machst du? Es gibt ein paar Komplikationen, Senator. Komplikationen? Nicht mit mir über Komplikationen. Ich will Resultate. Du willst Resultate? Dann verabschieden die Dadaalys. Wenn der Kongress aufbord hat, die Sicherheit nicht verhindern würde. Das ist aus Kontrolle. Ich komme zum Stilport. Kannst du den Spen, wie du benutzt? Shit. Ja. Da haben wir ihn ganz schön in die Scheiße geritten, nicht wahr? Cool. Das ist auch cool. Bürgermeister Reynolds. Ist cool. Gebranntes Kind. Hier. Wollen wir das eigentlich gleich mal ausprobieren? Zombies. Hä? Ja, egal. Wow, wir haben viel Geld bekommen. Viel, viel Geld, Geld. Aha. Das ist auch cool. Egal. Wir machen das mal wieder mit Stadtübernahme. Ja. Übernehmen. Wollen wir mal schauen. Das gehört uns jetzt schon. Die ganze Insel. Oh, ja. Ah, ja. Cool. Ein bisschen Bargeld noch. Na, egal. Extras? Nein, Cheats nicht. Cool, cool. Ich lese auch Zeitungen gerne. Nach dieser Zombie-Apokalypse geht's gleich weiter. Sack. Oh, yeah. Ich bin cool. Ich kann's. Yeah. Aber ich sage euch mal, es geht erst im nächsten Part weiter. Das war jetzt mal wieder ein Part von Let's Play Saints Row Deferred. Ich bin aber Reelsetter 77. Ich schaue mal kurz zu meiner Immobilie darüber. Ein bisschen schneller. Leck in. Tolle Immobilie. Sehr hübsch. Und ich sage euch, das war's. Moment, ich will noch was ausprobieren. Wo sind meine Zombies? Ah, da. Nein, das mache ich ein anderes Mal. Uh, cool. Cool. Aber gut, das war's mal wieder mit einem Part von Let's Play Saints Row Deferred. Ich bin aber Reelsetter 77. Und das war's. Bis dann.